Die neuen Sims sind neu. Neue DNA, neue Emotionen, neue Persönlichkeiten. Damit du verrückt spielen kannst. Mit zwei Sims oder drei Sims. Steht ihr auf Puppen? Oder darauf Männer in Bademänteln zu ohrfeigen? Erschaffe und ruiniere bewegende Momente. Apropos bewegend. Und sind Hüte jetzt tot schick oder tot lachen? Das weiß nur. Also, alles einsteigen und richtig abdrehen. Mit den neuen Sims spielst du auf einem ganz neuen Level. Verrückt. Die Sims 4. Echte Emotionen, verrücktes... Verrückt.